Für die gleichmäßige Verteilung sorgt der Schleimpilz selbst. Die Portionen von Polycephalung vereinigen sich wieder und besetzen das ganze Labyrinth. Jetzt kann der eigentliche Test beginnen. Finde den kürzesten Weg von A nach B. Dazu wird in beiden Punkten ein Futterdepot eingerichtet. Mit Haferflocken. Polycephalums Leibgericht. Der Schleimpilz kann nicht widerstehen und macht sich über die Futterstellen her. Der Zeitraffer bringt seine ganze Gier zu Tage. In regelrechten Fresswellen stürzt er sich auf die Haferflocken. Trotz allem aber hält er die Verbindung aufrecht zwischen den beiden Futterquellen. Überkräftige Adern, die das Labyrinth durchziehen. Manche Wege jedoch scheint er zu meiden. Aus Sackgassen zum Beispiel ziehen sich die Adern zurück, hinterlassen nichts als ihre Spuren. Auch Umwege werden geräumt. Und nach einigen Stunden gibt es nur noch eine Hauptschlagader. Ein Verbindungsstrang zwischen A und B. Ohne Zweifel der kürzeste Weg. Intelligenztest bestanden. Polycephalum indessen hat vollgefressenes Labyrinth verlassen und denkt an Nachkommenschaft. Dann wird er nicht immer noch höher gefressen. Das war ein bisschen nicht mehr geniusfend.